Das ist die Tesla Antenne Resonanzia, ein Bioresonanzgerät, wo ihr alle gängigen Bioresonanzgeräte anschließen könnt mit einem 3,5 Klinke Adapter. Das bringt wirklich die ganzen Herzfrequenzen in eure Räume und macht sehr sehr viel Power und Energie ein sehr starkes Energieprodukt. Ihr könnt auch eure Hände darauf legen und alle Frequenzen empfangen. Ihr könnt aber auch alle anderen Geräte wie ein Computer oder ein Handy anschließen.